so und dann dann starten wir doch mal mit dem replay review von unserem lieben bronzer reinhard mit einem großen herzen der liebe zigold beziehungsweise ich weiß nicht ob der reinhard spielt sondern halt einfach allgemeinen tank und wir schauen rein auf kingshow okay wie das ganze läuft und dann werden wir vielleicht mal das ein oder andere halt an tipps oder so geben können zigold dem werden wir hier größtenteils zuschauen spielt sie erstmal wohl die war erstes ding erstes weil das nicht passiert sage ich direkt so bin ich ein ganz großer fan von von sachen die man am anfang machen kann und zwar was du jetzt hier machen könntest zum beispiel siehst du die mercy steht da kann es zum beispiel auch stehen und einfach direkt am anfang schon denkt am anfang hier einfach hier stehen und einfach bis in den sponsor entschießen so einfach die mini die mini raketen machen dann kannst du schon mal nicht nur halt ein bisschen generieren machen auch rein als gerne mit fire strikes ihr kennt ja meine pose hier sondern worum es ja auch größtenteils geht ist dass du halt ein bisschen direkt ihren kompals sie ist okay weil jetzt da gerade wo du stehst die position wo du stehst so da da siehst du nichts so da da siehst du ja absolut nichts so weißt du und deshalb kann man ja mal gesehen auf deiner perspektive du hast jetzt gerade keine ahnung was du kommt zu spielen du weißt nicht was auf dich zukommt so das heißt du kannst du auch dementsprechend nicht direkt halt darauf vorbereiten so schauen wir mal weiter das halt so der erste tipp direkt am anfang hat irgendwie gucken dass man nicht wenn man kann auf der map halt wenn es die gegebenheiten sind dass man da halt direkt so jetzt zum beispiel sich schon direkt an einem positioning so wie stehst du gerade du stehst gerade als wärst du ein reinhard bist du bist die die war so das muss man hat auch immer differenzieren so was zum beispiel jetzt hier gerade dein 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 play warte mal bis gegner da sind so gucken wir mal wie das dann halt läuft ein bisschen lucio ist ein reinhard okay okay hat der sich mal gefressen so kann es aber auch immer fressen okay bekommt okay so und siehst du was jetzt ganze zeit machst eine sache eine sache die jetzt hier direkt im ersten fall sich kontinuierlich durchgezogen hat wie eine gerade schnur ist deine idee oder deine herangehensweise an das gegnerische team so du stehst frontline und du schießt frontline worauf schießt du meistens auf das reinhard schild das war jetzt hier gerade eine strategie so hier gerade wo du stehst schießt du kontinuierlich auf das reinhard schild so okay so und dann siehst du jetzt einfach mal ne vom 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 overlay her ich das mal das ganze so und zwar deine effektive reichweite deine effektive reichweite wo du wo du schießt also du schießt hier auf diese maximale distanz so ist ja auch blau gut zu sehen ist ich glaube ich mal gelb damit man das gut sehen kann jetzt hier so du musst dir vorstellen nämlich bei die war das problem ist du hast shotguns das sind zwar das sehen zwar aus wie coole knarren oder so aber natürlich gehen die halt ultra weit aber die gehen halt so weit so ne so ungefähr okay heißt also hier in diesem bereich hier machst du halt vielleicht maximum zwei damage oder so okay währenddessen wenn die wenn du hier klaus stehen würdest und mehr schüsse mehr so ne verstehst du so mehr mehr pellets insgesamt hier reinschießen hier machst du ungefähr 20 damage du machst das zehnfacher an damage umso näher du dran bist halt hier gerade auf dieser reichweite machst du halt gar kein damage erster punkt zweiter punkt du schießt auf den schild so macht das auch unbedingt damage nein absolut nicht also wirklich reinhard schild ne da 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 mit deinem zwei damage oder sonstiges ne der reinhard der bekommt da viel zu wenig damage von ab und deshalb ne siehst du ja auch was er was er machen kann das sehen wir uns jetzt noch mal an so ganz kurz du siehst ja was er macht der reinhard und zwar geht er einfach unberührt unberührt rechts rüber wird zwar gesleebt und so du gehst auf den drauf aber trotzdem geht er hierhin so ist einfach ist einfach ziemlich nah jetzt vorangetreten und hat vier leute mit sich klar der lucio deshalb gefühlt der ist gestorben so dass das war hat ein bisschen bisschen kacke aber auch hier zum beispiel siehst du du drauf schießt du schießt auf das reiner steht und du stehst wieder frontline du stehst wieder vorne so du musst dir das jetzt mal so vorstellen so und zwar einfach mal so rein 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 visuell gesehen rein rein visuell gesehen rein visuell gesehen ist das ja so dass dein team manchmal ich jetzt mal blau so dein team ist ja hier so verteilt gerade so und deren team ist ja das hier so weit ok so und das ding ist euer team schießt jetzt ungefähr alle oh sorry ungefähr alle in in diese richtung okay ich schießt ja alle in in diese richtung right wie so ein dicker pfeil so in diese richtung schießt ja alle alle schießen komplett frontal frontline drauf heißt aber heißt also ihr schießt alle gerade auf ein target ich schießt alle hier auf den reinhard so right reinhard aber hat natürlich ein dicken schild 1600 hp und das kriegt ihr einfach nicht weg nicht so schnell weg so und das ist auch nicht euer ziel so jetzt musst du dir mal überlegen so reinhard dieser ganze frontale schaden der kommt kann er ja einfach mit seinem großen schild abwehren das ist genau das was ein reiner gut kann das ist genau das wofür ein hat gemacht ist so jetzt stell dir mal vor aber du musst du dir jetzt mal vorstellen stell dir mal vor du stehst hier stell dir mal vor du stehst einfach mal ein bisschen weiter weg ich zeig das mal so ich zeig das mal so und stell jetzt einfach mal vor du stehst du würdest jetzt hier stehen dann würde sich die ganze situation halt ändern weil du von hier gerade gesehen diese effektive reichweite so du würdest hier rein knallen in den reinhard in seinen rücken so in seinen rücken ganz wichtig und dein team würde von hier rein knallen von der seite jetzt ist das nicht das problem dass er reinhard nur an einer seite schilden kann der kann nur einen schaden abwehren der kann nur nur einen abwehren so macht entweder den blauen damage weg oder dein damage weg aber egal wo dann hat er immer den rücken zu dem anderen gekehrt und dadurch kann er nicht pushen weil er kann nicht beide seiten schilden das geht nicht das ist das ist einfach nicht möglich für reinhard okay der kann ich hier der kann der kann einfach nicht hier lang laufen weil sobald er hier lang läuft ist er tot weil du ihm wenn du wenn du hier stehst und hier stehst tötest du hier auf der reichweite genauso kann ein reinhard einfach nicht hoch weil er kein geht nicht reinhard kann ja nicht fliegen dass du bist ja die war der kann nicht fliegen der kann da kann ich nicht machen er kann nicht nur angucken das heißt er kann ich höchstens schilden geschildert hier heißt also denn dein team hat den ganzen space den ganzen space und die können außenrum rufen die können hier in die lücke reinschießen die können alles möglich machen und das heißt das nennen wir das nennen wir auch im jargon nennen wir das auch gerne auf engel mit einem oft engel hältst du das ganze was jetzt gleich passiert alles hinein können weil jetzt gucken wir was passiert gucken wir mal was passiert na und ich werde hier du musst ich immer noch aus nicht mehr wie doof muss erke meine maus den was passiert sein schild trotzdem immer noch frontal wartet einfach wieder frontal 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 und jetzt in geld starrer einfach was ein komplett pp gamuf ist aber man muss auch dabei bedenken der sigma hat währenddessen eine mercy getötet mercy hat sich gesplittet so der sigma hat raum bekommen der doomfist von der anderen seite hat raum bekommen so und du musst jetzt mal jetzt muss du mal so bedenken muss auch wieder das gesamtbild sehen das gesamtbild muss ein bisschen wieder wieder ein bisschen räumlich denken und so du musst jetzt mal ein bisschen vorstellen die hatten die gegner die gegner hatten schon diesen raum den hatten sie die haben diesen raum jetzt eingenommen und jetzt vor allem ist daran hat rein gecharge und hat noch eure defensive halt gebrochen so ne so weil ihr steht ja nur hier das ist das ist euer punkt das ist das ist gerade eure eure euer bereich das ist euer bereich und das hier ist alles vom gegner das ist alles für die da so wer hat mehr wer hat mehr das ist natürlich ganz klar dass der gegner 20 mal mehr space hat warum weil die hier durchgekommen sind weil die hier einfach aus diesen türen rausgekommen sind und euch hier jetzt gepusht haben so er bekommt ein pick weil sich einer gesplittet der der reiner schreien weil er komplett geisteskrank ist bekommt sogar den star auf sich bekommt sogar damage raus so an sich ist das hier komplett gefiede das komplett dumm aber er bricht eure verteidigung jetzt kann der soldier schießen jetzt kann dumpfist rein donnern jetzt kann sigma weiter rein donnern jetzt kann moira was machen jetzt kommt gleich noch lucio und du siehst es ne du bist hier einfach tot auf diesem punkt da bist du einfach tot und das alles nur weil du zu sehr frontal nicht bewegt hast weil du einfach nicht in aufwürgen genommen das ist wirklich das man denkt das ist so wenig man denkt ja ob ich jetzt da stehe oder da das macht den braten nicht fett aber nein es macht den braten ganz schön fett positioning ist das a und o in overwatch das a und o wirklich positioning ist so wichtig das kann man sich gar nicht das kann man sich nicht vorstellen wie fucking wichtig positioning ist wirklich muss ich ja auch erst mal lernen aber muss ich ja auch erst mal lernen aber positioning ist das auto der punkt auf jeden fall dadurch komplett gone einfach nur durch das hört das sieht so doof aus aber du hättest das den ganzen punkt halt mit die war 20 mal besser halten können und von daher dass auf jeden fall als die war die war off ist ein off tank die war will eigentlich off engel off tank auf engel okay kann man sich nicht so merken off tank off engel off tank will eigentlich immer irgendwo auf engel so jetzt kommt es aber der spannende teil freunde jetzt sie gut auf dem rein hat wie sieht das aus was ist dein plan was hast du vor was machst du so schauen wir uns mal genau an so erstmal natürlich geht es jetzt hier bei euch darum erstmal zu regoom so ne das natürlich immer noch ihr seid noch nicht alle da so ihr seid noch nicht sechs so deshalb da auf jeden fall auch zum beispiel ne schon mal der erste punkt so ihr seid nicht sechs gerade hier machst du nicht nichts effektives so du schild ist zwei leute im gegensatz zu die haben vier leute so das ist hier gerade ein schild duel was du auf jeden fall verlierst so du solltest hier nicht schilden weil du hast nicht sechs leute so kannst natürlich ein bisschen schild immer ein bisschen kannst du schilden so ne aber du solltest nicht zu viel machen dein schild jetzt sehen wir auch schon ist schon ziemlich low so abhauen so ne ihr habt ihr seid ihr seid einfach nicht ihr seid ihr seid nicht nur leute so muss ich nichts zu sagen das ding war einfach nur das problem ist ihr dürfte einfach nicht da stehen so dass das egal ob du den chatter blocks oder nicht ihr dürfte einfach nicht stehen so das ist einfach das war einfach so von euch da zu stehen weil ihr müsst das ist da das ist in da ist egal welcher tank welcher hält was auch immer so ihr seid in der defensiven ihr habt bad spawns ihr wartet bis ihr sechs seid bis ihr dann nach vorne geht weil jetzt habt ihr jetzt ein fight einfach umsonst abgegeben weil das war einfach ein effektives sechs gegen drei so das ist ne da können die da können die gegner machen was sie wollen die gewinnen fight so jetzt wie tech auch dadurch nicht mehr möglich ne dadurch auch nicht mehr möglich da sind auch solche momente wo man auch manchmal einfach der rein hat sein muss der halt auch dann mal den den voice benutzen was sagt guys go back go back go back go back guys regroup wait for six wait 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 regroup go back go back go back auch immer diese diese taste hier go back group up oder so gibt es auch diese voice lines das heißt auch leute die nicht im voice sind auch die hören das wenn man das benutzt wenn man wenn will dann hören die das auch dann dann kann man auf jeden fall seinem team ein bisschen die informationen geben ey unsere renhalt wenig nach vorne alles klar wir gehen nicht nach vorne weil ich kann ja auch wirklich sagen die der sigma und die anna die waren wahrscheinlich auch nur vorne weil du auch vorne standest so und das heißt jetzt lädtet auch wieder da dadurch dass ihr euch nicht einfach nur durch ein simples nicht wie gruppen den fight einfach mal die die straßenphase komplett abgegeben so es ist es war noch nicht ein 16 6 das kann ich nicht mal bewerten das ist das war grundlegend falsch und grundlegend dass da das nicht geboren ist so sie sehr dumm ist es oben ok flachs kommt raus ok was passiert jetzt nicht so kommt raus und du schaust für den für den dumm ist sehr gut siehst du siehst du was du gerade machst in dem moment ist was du machst dein team haben zwei uns eingesetzt und du und du guckst noch hinten für den dumm fest so da bist du der hat schon flachs gemacht auf den gesamten punkt der macht überall gerade lava auf dem gesamten punkt hier alles hier ist full action so und du bist da das ist wie weit weg bis von der action so aber jetzt das ja aber das ist ja du bist behind ja da ist ein du bist behind aber das problem ist du musst dir immer du musst dir immer im klaren sein okay was will ich denn mit meinem helden erreichen weil das was du gerade machst zum beispiel zum beispiel jetzt kann man machen so ist jetzt auch nicht vielleicht optimal aber das könnte ich machen wenn du die war die war die war zum beispiel ein held der aufhängen kann der aber auch pilen kann okay kannst du mit dem reinhard pilen ist die frage kannst du mit dem reinhard irgendwas gegen dumm was machen ja du kannst den counter pin ja du kannst da auf jeden fall auch den den rangers schwingen ist das aber gerade dein ziel ist die frage ist das gerade dein ziel ist euch fragen wie gold das musst du dir fragen weil du startest den fight so du musst dir muss ja wirklich überlegen so und du startest gerade den fight du startest gerade den fight so ihr seid gerade jetzt endlich mal seit fünf million jahren seid ihr jetzt endlich sechs so ihr seid endlich sechs leute so im punkt okay können wir nicht holen passiert dumm fest ist so ist gekallt alles klar wunderbar wissen dass dumm ist da ist sieht man kriegt auch schon mal rock aus du siehst du es geht jetzt nach oben so und jetzt direkter call alles klar wie go in wir sind sechs leute wir haben uns wir haben wunderbare möglichkeiten deine anderen sogar nano whatever jetzt nach vorne ballern weil ein reinhardt ist wirklich der beste tank um halt wirklich so ein go zu machen jetzt gerade haben die effektiv natürlich der dumm ist behind klar natürlich ist scheiße so wird wahrscheinlich eine andere packung kassieren ich sagte wie es ist so ich glaube da kannst du auch nicht viel machen vor allem nicht als reinhardt so aber ein reinhardt wäre jetzt optimal um jetzt in einem go hier mit dem team nach vorne zu pushen mit den ols mit den advantage den ihr habt mit den ols bam 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 ist nicht wirklich ein advantage auf wiederholt aber trotzdem dass ihr wirklich sagt drei zwei eins und und jalla und bam und rein in die kiste vor allem du als reinhardt diese ecke das ist dein das ist dein traum szenario diese ecke hier das ist das ist du liebst diese ecke diese leck diese ecke willst am liebsten heiraten okay halten reinballern gucken wenn du old hast am besten sogar noch von städter gehen aber du hast halt flachs und was auch immer bahn 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 ihr wollt damit kills machen ihr wollt ihr wegräumen ihr wollt die payload zum stillstand bringen okay das ist halt dein dein momentum und das vergeigst du hier leider komplett verspielt das dann komplett ne siehst du dein reit dein signal geht nach vorne dein schild ist jetzt schon hälfte du schild ist gerade effektiv gar nichts denn niemand schießt dich an so der dumm was liebt sogar so das ging auch nicht weil die tracer natürlich ein bisschen pp ist so und dann bei besten willen es ist nett dass du der alle helfen willst das ist das ist nett und für sich aber sie ist ja selber wie das funktioniert siehst du selber wie das funktioniert jetzt jetzt wird dein team geflachst jetzt wird dein team geweisert alles und du bist nicht vorne kannst du kannst du nicht mal kannst du nicht mal halt protecten sondern dicker schädter auf jeden fall woher junge ich hab nichts gesagt der schädter war gewaltig junge der schädter war gewaltig sag ich will es der schädter war gewaltig aber mamma mia actually sogar noch eigentlich sogar noch mit schädter und nano eigentlich gehalten sonst werdet ihr jetzt komplett tot das war eigentlich sogar ein dickes play das war sogar ein dickes dickes retake play stell dir mal vor diesen place direkt am anfang gemacht junge stellen wir vor diesen place direkt am anfang gemacht ziggelt stell dir mal vor diesen einfach mal die eier auf dem tisch gepackt direkt am anfang direkt am anfang sagt guys wie auf namen wir schädter junge let's fack dem ab alter reingelaufen um die ecke batz mit nano fünf fach kill und einfach komplett alle medaillen des grauens geholt der gold olympiade jetzt auch noch eine medaille bekommen so krass wärst du na das ist einfach zu spät ist leider zu spät am falschen am falschen ort das ist aber größtenteils positioning ziggeln dass ich nicht junge ziggelt ganz ganz gewalt okay das ist auch so ein tipp ist kein problem da habe ich auch schon öfter gesehen so und ich kann dir wahrscheinlich auch sagen was du jetzt gleich schaden willst wieder 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 auf den gedanken kommst du schaden das versuche ich jetzt mal gleich rauszufinden was ein gedankengang dahinter ist du wolltest den renner schaden du wolltest den renner schaden so ganz ehrlich das machen sehr sehr viele leute das machen sehr sehr viele leute absolut absolut das machen sehr sehr viele leute so aber ich kann dir das abgewöhnen und zwar musst du nicht mehr daran denken du versuchst nicht mehr daran zu denken warte wir warten mal auf den mal auf den moment so bam 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 so der reiner kommt gleich so und zwar musst du einfach dein denken bisschen bisschen umändern okay dein denken bisschen umändern alles klar so so und zwar und zwar einfach du solltest niemals beim chargen das gilt jetzt wirklich an alle an alle die rein hat nicht so viel spielen es ist die größte falle mit dem mit dem mit dem chart weil man denkt natürlich chart es ist eine ability bei sehr vielen helden nutzt man seine ability auch sobald man den gegner sieht sagen wir mal einen rotokok benutzt du wenn du gegner siehst versuchst jemand zurück ein sigma stein versuchst du auch irgendwann von der zu treffen die war ketten schießt nach vorne irgendjemandem damit zu machen soldier akte was auch mal ihr wisst so das macht man bei sehr vielen ability side so wenn man denkt natürlich dann auch rein theoretisch bei einem rein hat okay chart ist meine stärkste ability womit ich jemanden one shotten kann wenn ich jetzt charge kann ich jemand töten so ne das ist natürlich perfekt wenn ich jetzt ein reiner chart würde der wird gepinnt werden getötet wäre perfekt so ne wäre halt geil ich habe so kurz vor städter jungen hätte richtig rein böllern können so ne so das ding ist aber du denkst nicht okay wen kann ich davon schaden du siehst nicht die ziele sondern du siehst die wände okay du guckst nicht auf die leute sondern du guckst auf die wände das sind dinge die du chargen willst hört sich dumm an hört sich wirklich dumm an du denkst jetzt what the fuck labert dieser typ der ist doch komplett pp aber du guckst die ganzen wände an okay und du schaust jetzt er okay wie weit ist die distanz von meinem chart okay du guckst dir das zum beispiel an und die optionen die du jetzt hast in diesem moment sind zum beispiel dass du hier warte ich mach das ich mach es mal anders macht jetzt mal in gelb die charge wege und zwar zum beispiel hier gegen diese wand ne dann könntest du den hier gegen chargen zum beispiel ne so oder zum beispiel hier gegen diese wand dann kannst du gegen die paedo chargen ne ist auch nicht so weit so oder hier gegen diese wand dann kannst du dagegen chargen ist auch nicht so weit ne oder hier nach rechts oder sonstiges so das ist alles in einer reichweite weil der charge dann nicht sehr weit ist und du insgesamt nicht lange chargst hier aber bis zu dieser wand ist erstens der weg viel zu weit das hier ist ein ganz dickes no go weil der weg ist viel zu weit und gleichzeitig chargst du dann durch den gegnerischen bereich der gegner hat ja auch einen bereich und du chargst hier gerade durch okay das willst du nicht das willst du nicht okay das willst du nicht du musst also nicht mehr denken okay welchen gegner will ich chargen sondern eher denken okay kann ich chargen ohne dass ich für bestraft werde weil der weg ist kurz genug weil die wand gerade genau genau vor mir ist weil er gerade gegner dazwischen läuft so weil zum beispiel jetzt hier diese was hier was hier gezeigt habe so wenn jetzt zum beispiel einer von den gegnern hier reinlauft zum beispiel sagen wir mal der reinhardt der geht jetzt hier für der geht die ziel für so ein flank der geht die ziel lang und auf einmal ist er hier in diesem bereich dann kannst du ihn da chargen weil hier ist er alleine und sein team ist da so der ist gesplittet der erst alleine den kannst du chargen ohne dass irgendjemand von dem follow up machen kann die können nichts machen der reinhardt ist alleine so der kann auch nicht dann außer der counterpint whatever das ist eine chargeable option weil du siehst direkt oh alles klar der ist ja sehr sehr nah dran an mir der ist in meinem in meinem bereich so der ist in meinem bereich da ist direkt eine wand ich kann ihn direkt pinnen so ich charge nicht über die gesamte map du musst immer bei dem charge die distanz berechnen okay und immer die distanz musst du immer schauen und nicht das ziel okay niemals 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 auf das ziel achten sondern immer auf die reichweite achten okay umso kürzer der charge umso besser okay umso kürzer umso besser wenn du wirklich halt jemanden chargen kannst der ist direkt von der wand oder so und du kannst direkt einmal kurz kurz nehmen dann machst du das okay niemals 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 über long range pin versuch die wände zu beachten versuch immer zu schauen wo landest du nach dem charge okay und das ist wirklich der tipp nur eins dass du nicht dass du nicht schaust wen du schaust sondern einfach schaust wohin du chargst das ist halt eher so die sache du musst dich einfach nur muss letztendlich einfach nur umdenken sozusagen okay ich weiß es hört sich doof an so aber er ist es ist was das so schau mal so aus seiner perspektive aus seiner perspektive so ne dass du da halt wirklich sagst ey nur guck mal das ist das ist so weit so schaffe ich nicht sondern hat wirklich halt eher schaust so ne okay ich glaube ich weiß nicht ob du da gerade bei dem chat oder so eingepinnt das ne aber dass du dir halt immer so ein bisschen so deine weile mit halt anschaust jetzt zum beispiel auch kurz nach vorne kann ich jemanden vor chargen ist der weg ist zu weit so du siehst du rechts zwar ein bisschen ist bisschen natürlich an der wand und sowas aber ist auch noch zu weit weg oder ich habe da schaffe ich auch nicht der boob mich ja so weißt du das zum beispiel so nein die sind alle ja die sind alle zu weit weg du siehst du von der distanz her musste du musst du siehst du 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 schaust den gegnern und die wand dahinter und du achtest darauf okay ist irgendeiner nahe genug dass ich den halt ne vielleicht direkt mit dem pin erledigen muss so wenn das jetzt alles alles zu weit alles zu weit kann ich dir so von meinem reinhard auge aus sagen ich sehe ich sehe die gegner und ich sehe nicht dass einer pinne will ist dann natürlich da wirst du da direkt bestraft sondern natürlich an lack genug macht noch so ein rock dazu das auch gar nicht reagieren kannst so dies wortet ist aber halt das verliert wahrscheinlich diesen fight jetzt ich weiß nicht daran kann sich links und machen das jetzt in unserem mieting bin das ist ein guess so weil das dass die das die runde ist schon verloren doch nach dem motto also der fall ist ja genau immer auf die wand dahinter und immer immer die distanz beachten das ist halt wirklich dass das musste ich auch lange lernen ich dachte auch mal so jahre jungen irgendjemanden irgendjemanden töten ist doch perfekt so habe ich auch immer gemacht ich sag dir was ist ich war früher wo ich angefangen habe das spiel zu spielen ich war im platin reinhard ich habe angefangen im platin wo ich das erste mal gespielt habe also irgendwie ich hatte da gab es nur zwei zahlen so das war halt ungefähr platin elo und früher ich hatte immer wirklich immer hatte ich gold damage gold eliminierung und was auch immer bei reinhard und ich war immer stinke sauer weil ich die runde nicht gewonnen habe weil ich dachte auch immer so wie jung was was mache ich denn junge ich töte alles ich charge immer ein ich mache hier die place und es passiert nichts aber weißt du was auch gold hatte tode sehr gut aber komplett locker jede runde 20 tode oder so locker jede runde 20 tode und ich habe das nicht gerallt ich habe es einfach nicht verstanden ich dachte so ja es geht ja darum kills zu machen es geht ja darum die gegner zu eliminieren ist aber nicht so ist nicht so es geht viel mehr bei 300 darum den gegner weg zu drängen so wirklich halt aktiv von positionen weg zu pushen ne wirklich halt space zu kraten wie man so schön sagt so darum geht es uns wirklich ist egal ob du dabei kills machst oder nicht natürlich gut wenn du dabei kills machst ist wunderbar aber es geht eher darum dass du halt wirklich die leute von der position weg drängst und dass du halt wirklich deinem team die möglichkeit damit gibst indem du halt einfach da stehst da da bist anstelle von ich halte mein schild und versuchen die gegner umzuschießen oder so weißt du das bringt meistens nichts es sollte direkt down ich guck gerade natürlich jetzt hier von der perspektive was so dein was so dein 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 weg ist na okay die was gibt mir gesiebt da wird man pinnen ist okay jetzt hast du auch schon glaube ich drei mal so ein pinnen wie ist schon gefühlt ist eine weil du denkst ist es eine ability und die muss ich nutzen die macht der mensch aber das ist eine sehr sehr krasse mit die zum beispiel auch einfach weiter nach vorne pushen ja möchte gerade hält zu schild und du lädst ein schild nicht nach du das ist jetzt die kommen jetzt und du hast helfe steht das heißt du kannst jetzt in dem moment wo die wirklich feiten kannst du nicht wirklich stehen und stehst jetzt nackig ich glaube den punkt sollte ich ja trotzdem haben bist auch nicht in reich weil du kannst du locker vorne stehen an der kante und 1 war natürlich nicht gut aber so hier zum beispiel auch hier zum beispiel auch so ganz kurz um das um das mal so was zu verdeutlichen was ich meine mit position taken was ich damit meine wie 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 take man den position was ich mir nicht mal wie macht man space was ist das ist space machen wie wie was ist das so ok punkt nummer eins ihr habt ein pick ihr habt ein pick und der ball ist laut also ihr habt eine advantage so meistens muss man space kraten oder beziehungsweise space taken den raum einnehmen wenn man einen vorteil hat wenn man gerade ein pick hat wenn man kill hat oder sonstiges jemand slow jemand ist anti jemand sleep whatever so dann meistens will man nach vorne so wie funktioniert das ganze jetzt aber wie funktioniert das ganze jetzt aber so also ihr bekommt direkt sogar noch ein wunderbar ihr pusht nach vorne okay weil geht rein weil kriegt aber auch noch mal eine muss abhauen oder sonstiges so sobald dabei euch nicht mehr angreift in dem moment könnt ihr den ganzen raum nehmen ihr könnt den punkt einnehmen alles wunderbar so ihr habt jetzt effektiv diesen diesen raum so ihr habt auf jeden fall so den gesamten punkt ungefähr habt ihr so ungefähr ungefähr jetzt das ist euer der raum so jetzt musst du dir aber gedanken machen wie kommen die gegner denn wieder zurück auf den punkt so sehr gut das muss jetzt das muss jetzt denken du bist jetzt in dieser position du bist jetzt hier der reinhard so und du siehst jetzt das hier vor dir so siehst das ja das vorne so was ist jetzt was ist jetzt die option für den gegner zu retaken wo kommt der alles her wo kommt der alles her der kommt wahrscheinlich durch die main door wahrscheinlich würde ich mal behaupten ich kommt kommt durch main door dann vielleicht durch das fenster hindurch oder durch das fenster hindurch so was kannst du blocken kannst du das fenster blocken nein kommst du nicht ran das keine die war kannst du hochfliegen hast kommt die ganze die machen kannst du das fenster blocken nein genau selbe hast keine mobility kannst du hochfliegen oder sonstiges aber das hier das kannst du absolut blocken okay dieser türbogen ist ein traum szenario für jeden reinhard so und das ist auch das main game das das größte gate so heißt also du kennst diesen bereich du weißt die gegner kommt hier durch okay wie kann ich die gegner davon abhalten dass sie dadurch kommen so und dann spielst du einfach den türsteher und stellt sich hierhin hier ist eine ecke da kannst du spielen heißt du stellst dich hierhin das heißt für den gegner der kommt nicht durch wenn die hier wenn die hier durch wollen dann müssen die erst an dir vorbei okay wirklich viel weiter vorne halten weil alleine schon muss ja vorstellen so ich versuche das auch noch mal so klar zu stellen warum ist das warum ist das nicht okay wenn du jetzt da stehst weil rein theoretisch ist hier auch vorne warum ist das nicht okay warum will ich unbedingt dass du hier stehst warum ich will ich dass du fünf meter vorne gehst warum warum ist das so und zwar ist das ganz einfach ich sehe dich nicht als als punkt ich sehe dich als hier also eine scheibe als ein schild so das ist jetzt ein schild so das heißt effektiv wenn der mit reinkommt wenn die gegner hier vorne ist so der kann bis hierhin schießen dann ist hier dein schild dann schießt er hier dran vorbei und hier dran vorbei so das ist so die bereichen wo er wo er hinschießen kann der kann ja alles alles full aber in diesem bereich in diesem bereich das was du schild ist den baum bereich den kann ich angreifen weil die sind dann hinter dem schild so so sieht das ganz aus right visuell gesehen alles andere könnte gegen anschließen das hier diesen bereich könnte der nicht an diesen so jetzt schauen wir wie sich das ändert wenn du hier stehst wenn du hier stehst dass du da ein schild so dein schild weil du kannst du kannst ja die seite so halten so wie ändert sich das da kommt nix da kommt nix das geht nicht du schild ist hier komplett alles ganz kimbuktu junge alles deins alles deins die kommt durch das ist keine chance das ist alles deins die müssen erst an den dicken schild vorbei die kommen nicht durch die können nichts anschließen die können nichts machen das ist letztendlich einfach gg das ist einfach gegeben nur weil du da stehst nur weil der winkel anders ist können die nichts sehen die können nicht schießen die köpfe machen die schießen vier und sieben auf den rheinland steht die können nicht durch buschen das ist nicht möglich die können nicht mehr die das geht nicht was sie brauchen wäre dann natürlich ein aufhängen hier wenn er da wenn da einer einschießt oder dich von da an schießt also dann können dich breaken dann musst du nach hinten dann vielleicht machen die es dann auf so durch ein aufhängen so aber so jetzt in dem moment diese kleinen zwei soldaten jeder die da vorne stehen die kannst du einfach komplett der haupt nehmen indem du einfach literally nur da stehst und das sind fünf meter das ist wirklich das ist das ist was ist das hier für eine distanz das ist zwei drei meter nix und das macht so einen unterschied das macht so einen geisteskranken unterschied das kann man sich nicht vorstellen hoffentlich kann man sich ein bisschen visuell vorstellen nur paar meter nach vorne möglich mehr nicht das ist wirklich keine meisterarbeit ich verlange ja nicht irgendwie dass du jetzt hier heftige place machen oder war ich verlange nur dass du zwei meter weiter nach vorne gehst und das macht so ein unterschied das ist das was halt am ende des tages so die sprich vom weizen trend wie man so schön sagt was den guten reinhard vom sonstigen entscheidet weil siehst du dabei kommt wieder rein die kommen alle durch main da gibt es auch kein aufhängen oder sonstiges die gehen alle durch main die nehmen den space sein weil der macht einen schönen engage der firma ist jetzt tot so die gehen jetzt schon rein nächste tank geht rein so und die haben jetzt richtig die möglichkeit jetzt hier zu schippern schöner sleep zwar aber trotzdem der reiner der der soldier der schießt um seine um seine wette lucia schießt um seine wette so klar natürlich tötet ihr sie am ende des tages aber es waren halt alles einzelne duelle hätte die duelle verloren hätte sein dass sie den punkt sogar sogar verloren hätte weißt du so was hat die sache weiter geht es ja so enemy reinhardt jetzt kein ball mehr jetzt kommt natürlich wieder auf dieses rand gegen reinhardt an aber das passiert auch sehr sehr oft natürlich in dem bereich so auch hier gerade wieder der charge versuch war sogar gar nicht mal schlecht weil er war halt klaus da war eine wand direkt war sehr gut ihn zu kontern gerade natürlich auch weil reinhardt wenn er charge hatte die nicht mehr kann also dich nicht kontern daran hat jetzt auch zu aggressiv kann was er gemacht hat aber auch hier das sieht man auch zum beispiel sehr sehr oft wenn du mir zuschauen würdest siehst du das sehr sehr oft dass hier sehr oft leute halt pushen dass leute sehr oft pushen sehr aggressiv pushen warum pushen die guck mal wie viele leute sind kann ich an einer hand abziehen das sind drei leute das sind drei leute die ist einfach einfach main stehen und die haben auch für den raum warum weil du da weil du am pilot stehst warum steht einfach weiter nach vorne das ist genau dasselbe prinzip das ist genau so im prinzip hier stehst du heißt der gegner kann hier alles umschießen kann alles sehen stehst du hier so stehst du hier wenn schild hier gegner kann nur in diesem bereich so viel bereich kannst du ein grenzen einfach nur gepusht so und hier die kannst du sogar überrennen also da kannst du sogar weiter pushen wird locker drei kids genauso selber was die das ja auch die sache so das ist auch immer so etwas was ich meine mit halt so zuschauen und versuchen zu adaptieren genau das haben was ich gerade erklärt habe haben hier die gegner gemacht die haben euch zu dritt dass der spieß ist genau umgedreht das ist genau so war das vor fünften genauso einfach nur mit euch hier standet hier zu dritt und ihr seid alle drei gestorben weil der gegner gepusht hat so das hast du gesehen du warst auf der anderen seite du hast mitbekommen du wirst du wirst sogar opfer von diesem play direkt das player datieren weißt du weil sowas den gegner sehen okay wir waren hier gerade zu dritt die haben uns gepusht der uns dafür bestraft dass wir nur zu dritt sind alles klar mache ich jetzt genauso mache ich jetzt genauso weißt du das ist das was ich mir wünsche dass man halt während man spielt sich immer einen gedanken macht was macht der gegner besser warum haben die gerade den fight gewonnen wieso haben die uns gerade getötet und versucht dann auch davon zu lernen und das selber dann anzuwenden weil hätte das jetzt aufgepasst hätte hätte wahrscheinlich gepusht würde dir darüber einfach nur gedanken gemacht ist so einfach nur gedanken so aber das ist ja nicht so dass das halt schon von grund auf wissen muss einfach nur ist es in der runde schon passiert wird in dieser runde schon direkt lernen können in der runde okay die gegner haben uns ja gepusht also machen wir das genau dasselbe so also jetzt sehe ich jetzt schon vom tempo her dass die gegner wahrscheinlich rauskommen werden die haben lust für die haben den soldier so die werden wahrscheinlich rauskommen okay da kommt auch raus wunderbar aber auch das wieder wieder weiter vorne 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 push 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 den schild hat damage obwohl das nur drei leute sind ist ein schild hat fast tot warum denn du den schild bricht sogar der schild bricht sogar ich gehe gar nicht auf mechanics sein es gibt da noch millionen mechanics die ich noch beibringen könnte wie wo war es und blablabla das es geht gar nicht um mechanics es geht halt eher um positionen und halt vom grundverständnis her gerade hier weißt du mechanics und so da das ist das kommt dann später irgendwann aber das ist erstmal grundverständlich okay weil die distanz war natürlich nicht okay also es war war fein war eine enge gasse die die war kann halt fast kaum abhauen aber siehst du halt insgesamt wo du halt stehst nie vorne du bist nie der vordeste mann du bist nie der vorderste mann in dem team schön rein hat versuchen wegzunehmen wo an lucky dass der gut worden ist kannst du nichts für was versucht hin zu pinnen aber soldier und welcher position aus tötet er alle von einfach nur der main position du musst ja auch das mal ein bisschen verdeutlichen was euch auch mal gerne macht bei einem replay ist auch gerne mal den gegner anschauen wieso hat denn der soldier getötet so wir sollten der soldier getötet wieso 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 kann er das einfach so wieso kann einfach so meine feuer möchte rausholen das ist ja irgendwie frech so ne kann er das erst mal schießt du dein schild kaputt so wird da bis jetzt angehauen gucken wir mal was der gegner solcher macht gucken wir mal bisschen an das ist ein bisschen dagegen gebucht berriere ist fähling hat er von seinem eigenen rein hat und weiß auch alter man reiner hat kaum steht jetzt bekommt man reiner nahm er hatte hat 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 das heute ich einmal gesehen hast du hast du hast du gesehen hast du gesehen von der soldier pv dass da irgendwo dass du da irgendwo warst besser ist mit dem farm den option ist ein bisschen doof ist irgendwie alles blau hast aber irgendwo gesehen dass das du da warst so hast du irgendwo gesehen nein warum weil du auch effektiv da einfach nicht war so weil du einfach nicht in seinem gesicht warst weil du nicht das geblockt hast jetzt habe ich kaputt gemacht ist irgendwie alles blau weißt du das ist das ist alles alles ein positioning ding versuche wirklich insgesamt viel mehr weiter vorne zu stehen versuche wirklich halt viel mehr raum einzunehmen versucht immer wirklich da gedanken zu machen okay also ich will auch nicht ich bin da nie so ein fan von von irgendwie zu viel auf einmal so von daher was ich dir jetzt mitgeben kann auf diesem weg weil ich glaube dass replays reicht hier schon was ich dir mitgeben kann auf diesem weg ist wirklich dieses weiter vorne stehen wirklich halt versuchen wirklich diesen raum zu den ein also wirklich den gegner keine option zu geben dass sie einfach auf dein team rumschießen können also wirklich weiter vorne zu stehen halten und auch gerade beim charge weil das mac du bist ein chargesspieler du spielst sehr oft einfach du chargst sehr sehr oft und alles versuche wirklich bei einem charge einfach immer nicht zu sehen okay das ist ein gegner so dass jetzt ein gegner ich will den gegner töten nein sondern okay die wand ist sehr sehr nah wenn einer wenn ein gegner dazwischen kommt dann schade stehen weil das jetzt in meiner falle der ist jetzt close ich sage nicht soweit ich kann ihn damit trägt panischen so das ist wunderbar wenn etwas in reichweite ist wenn das schade ist dann tust du es aber ansonsten tut es halt nicht weil die wand ist nicht gegeben du weißt nicht wo du landest du weißt ob du den überhaupt bekommst oder da war so das ist einfach nicht sicher wenn es tatsächlich sicher ist sollte man sich machen okay das sind so die zwei größten dinge ich dir jetzt erstmal bei so auf den weg geben würde ich würde wie gesagt ist es gibt noch 1000 mechanics die ich noch sagen kann also sehr viel auch mit schild und sowas wie du arbeitest und sowas da gibt es so viele mechanics was man machen kann und so aber ich glaube das wichtigste ist für dich einfach nur positionen wenn du weiter vorne stehst wenn du aggressiver spielst wenn du und wenn du mit dem chart einfach nicht so krasse distanzen charges dann glaube ich hast du schon direkt 80 prozent mehr erfolg okay also das haben wir zu dem replay review freunde einmal dicken applaus